SPF, DKIM, DMARC, BIMI, das sind alles für dich böhmische Dörfer, dann solltest du bei dem Video auf jeden Fall dranbleiben, denn ich habe heute was für euch, nämlich den neuen DMARC-Manager von Hornet Security und den will ich euch jetzt einfach mal in diesem Video zeigen. Bevor wir in die Live-Demo reingehen, schauen wir uns noch ein paar grundsätzliche Informationen an, gucken wir auf das Thema, worum es da überhaupt geht und dann, wie gesagt, im Anschluss gibt es eine kleine Demo und da zeige ich euch mal, wie einfach man mit dem tollen neuen DMARC-Manager von Hornet Security seine Sicherheitseinstellungen rund um das Thema E-Mail-Sicherheit optimieren kann. Wir wechseln jetzt erstmal in die Präsentation. Ja und wenn wir uns einfach mal anschauen, welche Herausforderungen denn aktuell so gegeben sind, wenn man eine Domain absichern möchte, eine E-Mail-Domain, dann haben wir halt einfach verschiedenste Themen, die hier berücksichtigt werden müssen, unter anderem eben diese Buzzwords, die ich gerade vorhin schon gesagt hatte, wie eben DMARC und DKIM. Wir haben einfach da ein relativ komplexes Setup-Verfahren, das meiste oder so ziemlich alles basiert auf DNX, DNS-Einträgen. Die muss man auch erstmal verstehen, man muss auch in der Lage sein, diese Einträge selber zu setzen. Das kann für viele schon eine ziemliche Herausforderung sein. Zusätzlich haben wir dann auch das Problem, dass die Gegenseite, die uns vielleicht Mails schickt, auch eine gewisse Absender-Reputation vielleicht nicht erfüllt. Und E-Mail, das wisst ihr alle, ist grundsätzlich ja auch ein Einfallstor für Betrug eben in Form zum Beispiel von Phishing-Angriffen. Und ja, der DMARC-Manager von Hornet Security, der hilft halt einfach dabei, diese Sachen besser zu konfigurieren. Wir haben dann auch noch eine Herausforderung rund um die Compliance. Also Yahoo und Google werden jetzt dann auch anfangen, immer mehr darauf zu schauen, dass DKIM und DMARC-Einträge halt entsprechend auch richtig konfiguriert sind. Wir brauchen einfach eine Transparenz für die verschiedenen Dinge, die in unserer Umgebung so stattfinden. Und da hilft es halt, wenn man da einfach drüber geht und sich das Ganze mal anschaut. Wie auf der Folie schon zu sehen, sorglos mit dem DMARC-Manager. Wir stellen mit einer Lösung eben sicher, dass wir eine vernünftige Glaubwürdigkeit haben, eine Authentizität. Wir kriegen Insights zu dem, wer benutzt unsere Domäne denn noch, wer versucht, den Namen von unserer Domäne zum Beispiel zu verschicken. Und viele Dinge werden einfach einfacher gemacht, weil man eben hier mit solchen Werkzeugen wie dem Domain-Konfigurator arbeiten kann, der einfach den Admin dabei unterstützt, die verschiedenen Einträge rund um DMARC, DKIM, SPF und so weiter zur Verfügung zu stellen, das Ganze durchzukonfigurieren, ohne dass man in der Lage sein muss, einen DNS-Server permanent zu konfigurieren. Das ist einfach nur noch einmal notwendig. Wir machen diese Einträge dort in dem DMARC-Manager, packen das Ganze entsprechend in den richtigen Einstellungen, einmal noch ins DNS von unserer E-Mail-Domäne und ab dann findet die restliche Konfiguration komplett in einer schönen Web-GUI statt. Wir bekommen ein Status-Dashboard, wo wir uns auch mal einen Überblick verschaffen können, wo stehen wir denn gerade im Bereich von E-Mail-Reputation. Wir kriegen eine Quellanalyse, wer schickt woher, mit welchen Informationen, wer versucht uns vielleicht auch zu spufen und all das kriegen wir halt hier in einem solchen Setup zur Verfügung gestellt. On top kriegen wir auch noch das E-Mail, also Branding sozusagen, BIMI nennt sich das Ganze. Mit BIMI bin ich in der Lage eben bei Mails, die ich versende, von meiner E-Mail-Domain auch noch mein Logo und wenn ich möchte, noch ein Zertifikat mit zu präsentieren, um noch mehr darauf hinzuweisen, dass diese Mail tatsächlich von mir gekommen ist. Wir können sogar darauf reagieren, ob Server, die uns eine Mail schicken wollen oder Mails, die wir rausschicken wollen, definitiv auch über SMTP TLS verschlüsselt rausgeschickt werden und wir bekommen die Möglichkeit, uns auch per E-Mail zum Beispiel Reports zukommen zu lassen, wenn es irgendwo Probleme gibt. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt ein Screenshot aus einer Präsentation von Hornet Security. Da werde ich auch unten in den Shownotes, in den Video-Shownotes einen Link drauf packen, dann könnt ihr euch die ganze Session mal angucken. Dauert eine gute Dreiviertelstunde. Und wir kriegen quasi eine Übersicht über all unsere Domains, die wir haben, mit den jeweiligen Regelwerken dazu. Wir können sehen, wie viele Mails wurden im Namen dieser Domain verschickt, wo gibt es Probleme. Wir können also auch in den Report jeweils reinschauen. Wir können auch sehen, wo gab es vielleicht Leute, eben diese Unapproved Senders, die versuchen, in unserem Namen zu verschicken. Das wäre dann eben hier drüben diese Anzeige. Und was wir dann auch eben bekommen, wenn wir mehrere Domains verwalten, innerhalb einer Hornet Security-Umgebung, einen kompletten Überblick über alle Domains, die wir so haben, mit jeweils einem Scoring, wie sicher ist das Ganze konfiguriert, ist es schon verifiziert worden, wie soll sich das Ganze verhalten, also welche Richtlinien haben wir dahinter gehängt. Und ja, ich sage mal, das so für den ersten Einstieg vielleicht mal die Erklärung. Und jetzt wechseln wir doch einfach mal direkt in die Demo und zeigen dann nochmal so ein bisschen, oder ich zeige euch dann mal noch so ein bisschen, wie man da in der Konfiguration dann vorgehen darf oder muss. So, und dann sind wir schon hier in der Demo-Umgebung unserer Pegasus Demo Cloud. Die habe ich ja schon in den anderen Videos ein paar Mal auch gezeigt. Man sieht jetzt hier, wir haben drei Domains in unserem D-Mark Manager drin. Einmal die Standard-Microsoft-Domäne, dann unsere Pegasus.cloud und noch einen Eintrag für den Session Border Controller. Wir haben da mal irgendwann Teams-Telefonie getestet an dieser Domain. Und ja, der ist natürlich dann auch da, weil es halt eine gültige Domain ist, die dazugehört. Wir sehen jetzt hier bei der Standard-Domain Pegasus.cloud, wir haben ein hohes Risiko erkannt. Es gibt aktuell keine Meldungen, die hier irgendwo ausgespuckt werden. Die Standard-Richtlinie ist, wenn irgendwas schief geht oder faul ist, dann schieb es in die Quarantäne. Und das Ganze ist aktiv. Und wenn wir dann mal reinschauen hier in die Konfiguration, dann bekommen wir hier sehr übersichtlich eben fünf verschiedene Reiter für D-Mark, SPF, D-Cambimi und TLS-RPT. Und ja, ich kann also hier tatsächlich aus diesem Dashboard heraus jetzt meine ganzen Einstellungen direkt vornehmen, indem ich halt sage, ich möchte, dass D-Mark auf Quarantäne zum Beispiel läuft. Ich möchte einmal am Tag auch eine E-Mail bekommen, wenn es irgendwo Probleme gegeben hat mit der D-Mark-Konfiguration. Ich kann auch einstellen, wie Fehlerberichte verarbeitet werden sollen. Zum Beispiel, wenn jemand uns was schickt und SPF oder D-Kimp fehlgeschlagen sind oder nicht übereinstimmen, dann wandert das alles direkt mit rein in den Report. Und ich habe halt die Möglichkeit, mir das einmal am Tag anzuschauen. Bei der Grundeinrichtung gibt es zu jedem dieser Punkte jeweils dann einen Setup-Dialog. Das heißt, hier sehe ich den D-Mark-Datensatz, den ich eintragen muss in meinem öffentlichen DNS, also in dem Fall in dem öffentlichen DNS für die Domäne Pegasus.cloud. Für D-Mark ist es ein CNAME-Record mit dem Wert D-Mark mit Unterstrich vorne dran. Der wiederum zeigt dann eben auf Pegasus-Cloud-D-Mark Hornet-Security-D-Mark.com und hat den Wert mit einer Gültigkeit von 3600 Sekunden. Und genau, wenn man dann auf Verifizieren klickt, wenn der Eintrag da ist, dann bekommt man hoffentlich auch das Ganze als verifiziert angezeigt. Und das ist tatsächlich schon alles. Und so zieht sich das tatsächlich durch, durch die anderen Einstellungen, auch SPF zum Beispiel. Auch hier gibt es eben entsprechende Setup-Anweisungen, die ich hinterlegen muss. Sobald dieser eine TXT-Eintrag da ist in meiner Domäne, kann ich alle anderen Einstellungen hier mit aufnehmen. Und wer das schon mal gemacht hat, eine SPF-Konfiguration vielleicht für eine größere Umgebung, der wird relativ schnell feststellen, dass SPF-Einträge zum Beispiel ein Limit haben. Also ich kann hier nicht beliebig viele Einträge reinschreiben. Ich muss irgendwann anfangen, hier zu kaskadieren und eben durch Redirects mir zu helfen. Und das ist das Schöne, was hier bei der Lösung von Hornet Security halt dann ab dem Moment nicht mehr beim DNS-Anbieter stattfinden muss, sondern hier direkt in der GUI. Ich kann hier so viele Einträge reinmachen, wie ich möchte. Das Gute ist, nach vorne raus kommuniziere ich nicht mehr, welche Dienste ich alle benutze, welchen Diensten ich erlaube, im Namen meiner Domain zu verschicken, sondern es verbirgt sich alles hinter diesem einen Text-Record. Und wir können auf den ersten Blick von vorne quasi nicht mehr sehen, welche Dienste denn von dem Unternehmen genutzt werden. Das finde ich auch tatsächlich ein Sicherheitsmerkmal, denn sonst sind diese Einträge halt unter Umständen schon sehr sprechend. Wenn ich halt als interessierter Mensch oder auch als Angreifer sehen kann, dass dieses Unternehmen halt Microsoft 365 nutzt, weil es halt irgendwo im SPF drinsteht. Ich kann zum Beispiel aber auch sehen, wie jetzt bei uns, dass wir da noch eine Domain Central Netpoint drin haben. Wir haben Hornet Security drin. Dann haben wir vielleicht noch einen Disclaimer oder irgendwelche anderen Dienste. Diese Transparenz nehme ich natürlich damit weg. Als Präsentation nach außen zeige ich nur noch diesen einen Rekord. und es ist nicht mehr nachvollziehbar, eben welche Dienste das Unternehmen nutzt. Zumindest nicht mehr so einfach. Also bringt an der Stelle schon eine Menge. Wenn ich zum Beispiel auch jetzt merke, ich möchte jetzt mal umstellen, vielleicht von Fail auf Soft Fail oder auf irgendwas anderes, dann kann ich das hier einfach mir zusammenklicken und in dem Moment, wo ich das speichere, ist es schon gültig. Heißt, ich muss nicht den ständigen Hin- und Herwechsel machen zwischen DNS-Provider, muss wieder abwarten, bis dann die Änderung überall gezogen hat auf den Root-DNS-Zonen oder wenn es ein selbstverwaltetes Linux-DNS zum Beispiel ist mit einem Hidden Primary, wo ich dann jedes Mal meine Zonendatei anpassen muss. Das entfällt alles in dem Moment, wo ich diesen einen DNS-Eintrag halt gesetzt habe für die SPF oder was auch immer und dann passt das an der Stelle. DKIM ist auch nochmal so ein Thema. Das ist unter Umständen sogar recht kompliziert, den richtigen DKIM-Eintrag vorzunehmen, denn da muss man mit Selektor-Einträgen arbeiten. Steht zum Beispiel, wenn ihr das Ganze jetzt noch nicht benutzt, alles im Handbuch von Hornet Security auch drin, wie man es auf den klassischen Wege machen würde. Sprich, in dem Moment, wo wir jetzt den D-Mark-Manager haben, fällt auch das weg. Auch hierfür gibt es natürlich wieder einen DNS-Eintrag und sobald der da ist, funktioniert das an dieser Stelle schon. Ich kann also auch hier bei den Richtlinien-Einstellungen in dem Moment, wo ich verifiziert bin, einstellen, dass ich zum Beispiel für jede ausgehende Mail ein DKIM-Signaturzertifikat oder eine Signatur anhängen möchte, um meinem Empfänger zu präsentieren, dass diese Mail auf dem Weg von mir bis zu ihm halt nicht manipuliert wurde. Hilft also an der Stelle schon einiges. BIMI ist nochmal so ein bisschen so ein Marketing-Ding. Ich habe es vorhin gesagt, man kann quasi dem Empfänger einer Mail von mir nebendran mit so einem kleinen Logo auch präsentieren, dass diese Mail von meiner Organisation gekommen ist. Wenn man das Zertifikat sich noch dazu holt, das BIMI Verified Mark Certificate, dann kann man sogar auch noch, wenn der Empfänger draufklickt, sehen, aha, das ist wirklich eine eingetragene Marke oder das ist ein zu schützendes Unternehmen. Kann man sich jetzt überlegen, für den Marketing-Score ist es natürlich besser, wenn es das Zertifikat gibt. Wir haben jetzt hier einen Marketing-Wert von zwei Punkten, von maximal fünf erreichbaren. Ich habe es jetzt hier in der Demo-Umgebung nicht gemacht, weil so ein Zertifikat auch knappe 1.000 Euro im Jahr kostet. Aber einfach, um mal dieses Logo überhaupt schon zu haben, auch schön jeweils in einer Light- und Dark-Ansicht wird das Ganze dann generiert auf Basis von einem SVG-Datei in Bildform. Kann man dann auf jeden Fall mitnehmen. Witzigerweise, diese Bilder werden zum Beispiel bei Microsoft gar nicht angezeigt. Also Microsoft 365 weiß nichts von BIMI. Ich habe es ausprobiert bei Google und ich habe es auch bei ProtonMail ausprobiert. Da sehe ich dieses Bildchen. Machen ganz viele andere Lieferdienste zum Beispiel auch. Bei Amazon ist das so. Bei Trusted Shops gibt es dann dieses T mit diesem Kringel da dran. Also es nutzen schon durchaus einige. Und ja, um euch so ein bisschen aus der Masse der E-Mails bei gerade privaten Konten abzusetzen, ist das vielleicht auch nochmal eine ganz schicke Geschichte. Zu guter Letzt, TLS-RPT ist dann auch nochmal eine Möglichkeit, einfach um sich über TLS-Zustellungsprobleme benachrichtigen zu lassen. Da gibt es ebenfalls dann wieder drei eigene DNS-Einträge dafür. Setzt die, tragt hier ein, wo die Benachrichtigung hingehen soll, wenn es Probleme gegeben hat bei der Zustellung oder bei der Benachrichtigung. Und dann kriegt ihr das Ganze auch mit. Das Schöne, wenn ihr jetzt das Ganze vorher zu Fuß gemacht habt, weil ihr vielleicht schon euch mit dem Thema E-Mail-Authentication beschäftigt habt, nämlich hier an diesem Punkt bei Hornet Security, dann könnt ihr euch das in Zukunft sparen. Auch diese ganzen anderen Sachen und Einstellungen, die man hier tätigen musste, die auch im Handbuch alle beschrieben sind, die entfallen damit. Das heißt, das ist keine Aufgabe mehr, wo man sich darum kümmern muss. Wenn man sagt, man nutzt den D-Mark Manager, dann nutzt man ausschließlich den D-Mark Manager und kann dann ab hier tatsächlich alles von hier aus tun. Und ich sehe gerade, während ich da so gesprochen habe, hat scheinbar die Neubewertung stattgefunden, weil wir waren vorhin noch, glaube ich, bei einem Score von 40%. Dadurch, dass ich jetzt einmal mich durchgeklickt habe, wurde es neu gescored. Und man sieht, mit den Einstellungen, die ich jetzt hier vorgenommen habe, haben wir jetzt einen Score von 87%. Wir tun also schon eine ganze Menge. Wir könnten natürlich immer mehr tun. In dem Fall, was hier noch beanstandet wird, ist, dass wir halt noch keine sehr strengen und restriktiven D-Cam und D-Mark Settings haben und das BIMI-Zertifikat fehlt halt. Aber ansonsten, man hat es jetzt gerade schon gesehen, diese 40%, die basierten noch auf dem alten Wert, bevor ich angefangen habe, das alles einzuführen. Jetzt sind wir bei 87%. Das ist eine coole Sache. Und ab jetzt würde es eigentlich nur noch bedeuten, man muss halt einfach seinen Traffic im Blick behalten. Man muss die Reports auch sich mal anschauen. Wenn jemand versucht, in unserem Namen zu schicken, dann sollte man da natürlich auch entsprechend Maßnahmen einleiten, um das zu verhindern. Und damit ist es tatsächlich an der Stelle auch schon gut. Und ich finde das tatsächlich eine sehr coole Lösung. Das ist was, was vielen Admins mit Sicherheit sehr viel weiterhelfen wird. Und ja, insofern wäre das dann die Demo. Und dann wechseln wir wieder zurück zu mir. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das Ganze kostet oder wie ihr das bekommen könnt. Und da kann ich euch an der Stelle momentan noch nicht so ganz so viel darüber sagen. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der D-Mark Manager Bestandteil von den Total Protection Plänen in der Plan 4 Variante ist, wo auch das Thema Permission Manager dabei ist, wo auch der AI Recipient Validation Manager schon mal dabei ist und das Security Awareness Training. Das heißt, wenn ihr schon einen Plan 4 habt, dann ist das Ganze quasi umsonst on top mit dabei. Gibt es seit dem 19.11. Nachmittags ist das Ganze freigeschaltet worden. Und ja, guckt es euch mal an, falls ihr da schon auf diesem Plan seid. Und ansonsten, falls ihr Interesse habt, dann meldet euch gerne mal bei mir. Dann machen wir auch vielleicht mal noch ein bisschen eine umfangreichere Demo. Und dann finden wir da bestimmt auch irgendwo noch ein bisschen Gesprächsstoff. Und wenn ihr ein Angebot möchtet, dann natürlich auch jederzeit gerne bei mir melden. Ja, wie sieht es aus? Ist es ein Produkt, was ihr bei euch einsetzen möchtet? Ist es was, was für euch interessant ist? Dann würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Like da, abonniert den Kanal und guckt vor allem unten in die Shownotes. Da verlinke ich euch auch noch mal das Video von dem Kollegen von Hornet Security. Wie gesagt, dauert eine gute Dreiviertelstunde, geht viel mehr in die Technik. Und ja, vielleicht findet ihr ja da noch die eine oder andere Information, die ich euch jetzt heute hier von meiner Seite aus nicht mitgegeben habe. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao, ciao.